Für uns alle? Entschuldigung, ich saß im falschen Raum. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen wegen der Raumverlegung heute Morgen. Ach ja? Das kann doch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Wir haben verschiedene Hintergründe. Manche von uns kommen aus anderen Ländern. Geschlossene Gesellschaft heute. Manche von uns aus anderen Kulturkreisen. Alles gut? Hey. Sie, wo kommen Sie nochmal her? Man macht sich lustig über meinen Namen. Wie wird es schikaniert? Das kann doch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Guten Tag. Wir haben verschiedene Hintergründe. Hatten wir gesucht? Nein. Sie. Wo kommen Sie nochmal her? Waren Sie noch nicht bei mir? Wo kommen Sie nochmal her? Ist gut? Wo kommen Sie nochmal her? Wo kommen Sie nochmal her? Wo kommen Sie nochmal her?